Machen wir mal weiter, verlassen wir das Lager und schauen, was im Versteck der Geflüchteten ist. Ich glaube, es war... Oha, ich muss die Grafik noch etwas nachhören. Können wir schon mal einen Blick reinwerfen, das Haus dort hinten. Was war denn das hier? Ich habe den Namen der Leute vergessen, nicht der Leute, das Buch stand hier. Hafner hier, genau, Hafner. Haben wir die letzten Partei angekommen? Oh, fuck him. Haben wir ja jetzt alle. Haben wir mit dir schon gesprochen? Hey, das ist knapp genug. Artifakt oder nein, ich mag nicht, dass du dich, die unsere Partei kraschen. Gib ihm den Rest, Alfred. Wir brauchen all die Gottesdammte Hilfe, die wir können. Welche Aktion störe ich denn? Von einem Soldaten mit der flammenden Faust hätte ich mehr Anstatt erwartet, wenn wir wütend anfangen können. Die Rettungsparte? Nicht, dass du einen Triple Shat geben würdest, aber wir wurden durch die blöden Kultisten geflüchtet. Die Rettungsparte? Das wäre genau mein Ding. Ich war hinterher... dort... kann... ich... ich war hinterher dort... ich war hinterher dort... ich war hinterher... Ja... das ist ja vielfüllt beim... noch mehr bekannt so aha vielleicht jemand da rein müsste bei den Haufen Ah ja Gut, dann wollen wir mal reiten, oder nicht? Das ist nur eine gute Idee, wir haben so Rattenlangerast gemacht, aber... Ein bisschen bewirkt und herzlicks. Was ist passiert? Wo ist Cervlor? Das Gastroß mag alt sein, aber Todesfall ist gleich übertrieben. Ihr habt also die Schwierigkeiten am Hain verpasst und praktisch. Und mehr als half the others mit ihm. Wir waren in den Kursen Lands. Kultists von diesem Absoluten. Zevlor froze, begged uns zu surrender, aber... sie waren mit uns, machten Beispiel. Und wir hatten genug für sie zu nehmen. Die von uns, die frei wurden, einfach zu gehen, bis wir hier gefunden haben. Die anderen... vielleicht der Kult hat sie. Vielleicht der Kurs. Verdammt scheiße. Ihr habt sie am Stich gelassen. Ihr habt das Richtige getan. Ihr wolltet... Ihr wollt keine Gefangenen der Absoluten sein. Was habt ihr überhaupt hier gemacht? Ihr wolltet doch nach Waldos Tor. Oh... Ja, die anderen werden es auch irgendwie... Zevlor hatte Hoffnung. Es hat ihn nicht zu retten. Ich habe sie gerettet, aber ich konnte sie nicht. vor dem, was danach kam. Oh, ein Vierer hat es überlebt. Das ist gut. Du bist gut. Oh, du bist gut. Danke Gott. Ich hatte Angst, dass sie dich auch bekommen haben. Ich habe gehört. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Tut mir so leid. Wer war Aschawach noch gleich? Oh Gott. Es war eine dumme Idee, sich in die Finsternis zu machen. Das ist ja fantastisch. Roland der Malian Ausbildung. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Was haben die Kulissen in den anderen gemacht? Ja. Er hat mich und die Kinder geschlossert. Als sein Bruder und Schwester rutschten die Kultisten. Kal und Lea wurden weggezogen. Along mit den anderen. Roland hat es nicht so gut genommen. Keine von uns sind. Wie machst du es? Wie geht es weiter? Ja, mach einen Schritt nach dem anderen. Ich sage Bescheid, wenn ich es herausgefunden habe. Naja, wahre Worte. Gefahr ist mein Leben. Ich würde sie gegen nichts eintauschen wollen. Barde, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Wenn das durchs Wuchern wärm. Ich sag immer, einfach nicht dauernd, das ist zu nervtötend, aber gut. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Ich glaube das ist die... das ist die beste, richtigste Antwort. Wir haben jetzt hier und Stück für Stück ein Kampf nach dem anderen, ein Kampf nach dem nächsten. Ich werde sie schon finden, bestimmt geht es ihnen gut, wahrscheinlich sollten sie nur gefragt werden, bestimmt foltern sie kürzen sie jetzt gerade Das wird mir nicht sagen Bestimmt sie noch am Ende Oh mein Gott Fade Frau Für deine sehr gute Gesundheit Heiko, der erst am weit schnippern, auf eure geschätzte Gesundheit entschuldigt meine folgen Körlach, es ist nur aufgelegt, euch kennenzulernen Haben wir wo du schaffst Nein, auf mein Vertrauen Oh verdirbt das Wir haben nichts zu verwerben Wir haben nichts zu verwerben Wenn Illithids ihre Hände auf ihnen Ich spreche von Erfahrung Als ein Heir über dich Alie Antwort mir wahr und nicht lieb Der Parasite verändert dich Ist es nicht? Jetzt weiß ich warum ihr den Wein gewürzt habt Der Parasite gibt mir Kräfte die ich noch nie hatte Er verbessert mich Er will mich verändern und für sich gewinnen Aber ich widerstehe seine Versuchung Rettungswucht Und du weißt, dass du unter Einfluss an einem Punkt stehst Und du versuchst zu lösen Dass die Narve irgendeinen Entfluss auf dich hat Aber ich habe seit dem Absturz viel getan Was Ich kann sagen, dass Es die Narve ist, die mich verändert hat Wir können auch ehrlich sein und sagen Wir haben Ich will mich verändern Aber ich widerstehe den Versuch nun Und du bist sicher, dass du weiterhersitzen Und du wirst weiterhersitzen Wir werden sehen Nicht mit absoluter Gewissheit Gut Ich nehme deine Worte für das Und ich nehme dich an es auch Ich habe alle Reise, um zu kassieren Ich habe Menschen wie dich Ich habe Menschen wie dich Menschen mit Parasiten in ihren Gehirn All die hier aus Baldursgate Der Kult des Absoluts ist durch die Stadt Schnellig, schnell Und mit unzettelnden Die Liberation Wir haben sie in diese Angelegenheit Nur um zu befassen mit einem Mann Wir haben uns über ein Jahrzehnte getötet Ich bin sehr sicher dass ihr ihn getötet habt Ich bin sehr sicher dass ihr ihn getötet habt Der Name am Lager liegt Der wird Er ist auf jeden Fall nicht mehr hier unten unterwegs commanding an army of the absolute intent on destroying Baldursgate Ich put an arrow through his eye myself only to watch him pluck it out like a splinter He healed right in front of me and chased us into the shadows Things looked hopeless But the experience has taught me that no matter how bleak things look there is always hope You are that hope Yes There is at least one who has un-tote abilities It has no meaning I think I can kill that I don't think what it has no meaning Projected by your artifact You can infiltrate his forces at moonrise towers posing as a true soul Find out what it is that makes him invincible so we can strip him of his advantage Once together he could without the shield the sword Together we assault his tower and put a final end to this plight To un-rech-ware-sehne Niel only will it the effect of my life will be the effect of my life without a cure to your infection that lifetime might become rather limited I promise I will do everything I can to make sure you survive this any cure starts with understanding the disease whatever magic gathericks using to control these tadpoles it must be at moonrise until then we keep drinking wine when we meet we do this all the time as we have done it in the complaint we have done it now we have done it and now we have done it with the dwarves and we have done it so that was the plan i guess that was the plan Sie müssen immer sprechen. Keine Räume in oben. Jetzt müssen wir noch mal hier nochmal. Oh ne, wo ist denn unsere Latterin? Ich würde uns vorhin identifiziert und gesagt haben, dass wir kein Problem sind. There is another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jaheira hat gesagt, dass wir trinken sollten, aber dass wir nicht trinken sollten. Jaheira hat nicht deine ruckte kleine Geschichte aus den Kultisten geschaffen. Ich habe es. Ich würde lieber sterben, als zu sprechen zu einem sanctimonieusen Prick wie du. Wenn du hier bist, um den Tag wieder zu retten, dann bist du ein bisschen leid. Ja. Vielleicht wird sie ein Ballad über mich schreiben. Sie kann wegziehen, wo mein Bruder und Schwester weggezogen wurden. Oder was ist das? Was ist dieser Schatten? Die haben sie sich mit all dieser selbst-rechtliche, heroischem Krabbe in der Kruppe. Niemand davon hätte passiert. Tod für alles, was ich weiß. Oder in der Kult-Tower, mit den anderen, die er genommen wurden. Tod sind sie besser dran, als in der Ende des Kultes. Wenn sie noch leben, werde ich sie retten, tut mir leid. Sie sind meine Verantwortung. Du gehst und schrauben die Welt. Oder deinen eigenen Arsch. Oder was auch, was du machst. Ich werde das fixieren. Aha. Ich habe versucht, Herrn Roland zu erzählen, dass er auch genug hatte. Er hat es dann auch nicht gefallen. Also, ich will das auch nicht gefallen. Ja, ich will das auch nicht gefallen. Gut, zu sehen, dass du dich noch betrennest. Das ist das beste, was wir hohen können. Hier gibt es noch einen Trio. ... ... ... ... ... ... ... Gehen wir zu Hause. Erstmal Blüten. Nix drin, deswegen dürfen wir es abzusuchen. Ausblick in den Nebel. Nix. Eine verfreulte Banane, naja. Wir müssen mal was zu essen bekommen. Verfreul dich wie eine Eier. Wir wollen ja nicht, dass wir sie nicht bekommen. Wir wollen ja nicht, dass wir sie nicht bekommen. Es ist nicht cool mit ihm Das wird uns hier nicht als Clown angewertet. Ich suche noch eine Pflege von unterwegs und der Umhang sieht echt geil aus. Nichts hier. Es ist nur leere Flaschen. Oh, Raphael. Yay. Nein, Moll. Machst du die mit dem Körper? Du tust dir wohl nichts an. Ich habe keine Chance. Es ist meine erste Mal, hier zu spielen. Die kreisige Gleam in Molls Augen zeigt das Lied. Sie kennt das Spiel gut. Und sie will gewinnen. Falls zurück schützt vor allem euren König, ihr solltet nicht mit ihm spielen, er ist der Teufel. Ich habe noch nie ganz gut gespielt. Fingerfertigkeit. Das Brett wie zufällig in Molls Richtung Chipsen. Der Teufel ist so ein kreisiges Kronisches. Ich habe dir ein kreisiges Kronisme gesiziert. Die Art, die man mit sich von den Königern zu tut gesetzt hat. Wie ist das für Kalimsham-Rules? Was find ich jetzt? Was find ich jetzt? Was find ich jetzt? Du hast doch dem kleinen nichts angetan. Es gibt bei mir so einiges wovon ihr keine Ahnung habt. Seid ihr deswegen hier um zu spielen? Verpisst euch einfach wieder in eure Hölle klar. Die Liste meiner zahlreiche Talente bei Avernus und bis Avernus hinzugreifen. Die Liste ist woher ich es. Ich nöte es einfach Hoffnung. Aber keine Angst, Maul. Es geht ohne zu sagen. Sie hat immer noch die unkonditionelle Freiheit, die einzige Option, die sie verlassen hat. Besonders, ich freue mich wieder in dieser Umgebung. Es hat eine so richte Geschichte von abjecten Tragedie. Und Tragedie, mein Freund. Und, ha ha ha, ha ha. Well, da ist mein Brat und Blut Butter. Es hat gewonnen. Sie hat jetzt einen Wachstum für mich. Sie wird derjenige, der mir kommt. Aber genug über meine Lesser-Pursuits. Warum beschäftigen Sie mit Trifles, wenn ich in der illustrieren Präsenz meiner sehr Lieblings-Klientin? Sag mir, oh Apple von meinen Augen, wie hast du dich? Du hast noch keine Gills, um noch grün herum zu bekommen. Aber du wirst ein wenig schlimmer, für dich in dieser Licht. Aha. Noch Lösungen anzubieten, ich bin ganz stolz. Wisst ihr, es ging mir nie besser. Lass mich in Ruhe hören. Und trotzdem, ich habe diese Bildung in meinem Kopf, von dir, in der Mitte der Nacht, zu denken, 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 ist das meine Wille? Oder ist es die Worms? Aber du hast keine Antwort, und kein Weg zu wissen. Die gute Sache ist, dass es nur eine kleine Lesser-Pursuits sollte man wirklich hören. Meine. Nein. Genau, vermiss dich. Wo willst du jetzt hin verschwunden? Oh, Katze. Und du bist die Katze. Ja. Ja. Oh, die Katze hin. Ich würde mit Katze reden. Ich würde mit Katze. Die Katze. Die Katze. Die Katze. Die Katze. Ich sage, Hiss. Frau, das war's. Ich würde mit Katze nichts böses. Was ist denn, das Schnurr hat zerraugt. Was hattet ihr denn, das Schnurr hat zerraugt? Tut mir nett, ich bleibe auf Distanz, meine Absichten sind lauter. Ich will dich nur Staniel bewundern und kapiert. Du bist ja ein ordentlicher Bursche, wie bist du hierher gekommen? Kannst du still bewundern, kennst dich doch aus mit der Welt. Hast du irgendwas Interessantes mitgelegt? Ich spielte natürlich. Wenn wir schon den Hund da im ersten Abend nicht mitnehmen konnten, vielleicht können wir sie mitnehmen. Oder ihn. Kennst dich doch in der Welt aus. Hast du irgendwas Interessantes mitgelegt? Kannst du dich bemerken? Auf meinem Teil habe ich bemerkt, dass der Klerik ein Lüge ist. Sie hat mir ein bisschen Milch. Siehst du keine Milch, oder? Nicht ich, unvergleichbar. Haben wir Milch dabei? Ich glaube nicht. Du hast genug, jetzt gehst du. Richtig, ja. Können wir vielleicht irgendwie... Tieren sprechen. Tieren bändigen. Werden wir uns hat das, hat das doch zumindest. Aber nicht Tierfreundlichkeit, sowas. Tierfreundschaft. Katze hau nicht ab. Das ist kein Ziel. Katze hier geblieben. Was geht? Wow. Das ist nicht möglich. Das ist ein Ziel. Herr Keinster. Ich habe mich aus. Ich werde mich hier nichtigen, dass ich nicht schieß. Ich werde mich nicht schütt. Ja, das ist scheiße. Also, ich werde mich rein und schütt. Wenn ich mir nicht schütt. Es ist alles. Aber. Ich werde mich hier. Ich werde mich überrascht. Ah, das ist ja ... Katze Ziemann. geht so much Schade Ich dachte, wir können hier ins Team holen Oh, Mohl Aber Raphael hat mir bereits eine Partnerschaft gefordert und es klingt wie ein schöner Geld, als mit deinem Geld mit dir Nein, bloß nicht Nein Du musst dich von Raphael fernhalten, seine Angebote sind Gift Wenn Raphael dir einen guten Handel angeboten hat, sollst du annehmen Raphael ist nicht dein leibhafte Getäufe, du und deine Sieder sind in Gefahr, Mohl Ich bin auch das Du, 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 du bist nicht schrecklich Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt noch mehr als ich vorhin habe Ich glaube, ich bin jetzt noch ein paar Minuten Was genau hat er dir angeboten? Es ist nur berufliche Neugier-Mole. Teufel, die auf sich halten, spielen nicht mit zu geringen Einsätzen. Er sagte, er könnte mich und meine Gange nach Bouldersgat. Ich denke, er kann es auch tun. Es ist egal, was deine Verordnung sagt. Und auch, wenn wir da kommen, wäre ich der Head des Thiefs Guild. Ich glaube, es mag gut klingen, aber das ist es nicht. Was passiert dann mit dem aktuellen Anführer? Ich glaube, er gefällt mir. Ja. 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 Du bist nicht. Du hast keine Stoff, keine Bord. Niemand nimmt uns zur Stadt. Ich will nicht meine Crew auf Katzen werden. Vielleicht mache ich ein Verhältnis. Vielleicht in eine Verhältnis. Aber es wird meine Wahl sein. Nein die Verzüge. Ich bin nicht deine. Ich bin nicht deine. Ich glaube, ich fahre. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie kann jedenfalls auf sie aufpassen. Das erste Unterricht ist dünnig, sie bricht ein. Es wird sie, sie ist clever, bei Ängstlichen clever. Das wäre jetzt sehr schön, wenn wir die mitnehmen könnten. Mit Freunden durchgestrichen. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ich kann doch jemanden ein bisschen spielen. Änderungen auftreten. immer mein baden beruf nachgehen manche katze kommt auch dazu ja 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 Das war's für heute. die stehen hier wacher während des spieler die stürzen so muss das Ah, sie stieß mit. Sehr geil. Äh, Firat. Ich habe auch noch ein anderes Instrument. Hier wieder der Spinner. Schlachten, jetzt können wir durchmachen. Erstmal ein bisschen Gold aufheben. Verdienen wir ein bisschen Geld dadurch. Wir müssen das immer auf den Boden werfen. Können wir die Blut aufstellen? Schlachten von einst. Dann haben wir es abgeschreckt. Wenn ihr Puhet aufst. Dann haben wir eine Nase. Schauen wir es nach Geräte. Premium Trinkets und Doudas! Sie ist ein bisschen schüchtern, aber... Vielleicht wenn wir uns bei ihr hinstellen könnten... ... und ihr gemeinsam hier auftreten... Äh, ne, ich wollte eigentlich nicht mit ihr reden... Ja, nice! Das wollte ich... ... ein Duett mit Elvira... ... weil es immer noch so schade ist, weil wir das verpasst haben... ... ihr Lied... ... was sie beschreiben... Ja, ich mag die Flute immer noch am besten... ... die Flute immer noch so schade... ... die Flute immer noch so schade... ... und die Flute immer noch so schade... ... ich meine, die Zeit haben wir doch jetzt mal... ... wo wir am Unterstützen sind... ... wo wir doch mal... ... ein bisschen Pause vom... ... Kämpfen und so machen... ... ein bisschen spielen... ... ein bisschen spielen... ... und dann ist das... ... etwas gut... ... oder die Flute... ... und dann ist das... ... ein bisschen schwierig... ... hier in die Flute... ... aber es gibt hier... Das ist schon besser geübt. Hier liegt noch Gold rum. Noch mal für die Leute da draußen auf dem Hof spielen. Hier stehen noch ein paar rum. Die Lieder haben wir auch noch nicht herausgefunden. Die Lieder haben wir auch noch nicht herausgefunden. Man muss den Straßenmusikanten... Was macht er hier? Ja, das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz. Ja, das ist der Schmerz. 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 A lot of us were in Avernus we saw you fighting you were so good well I uh yeah I guess I was I mean you should avoid fighting for devils if you can but if you can't it helps to have a good right hook I saw you lay out a more demon in two hits we were all like wow how'd you learn to fight like that had to life didn't pull any punches it was up to me to learn to take a hit and deal one back I've been tossed around a lot too I want to learn how to fight back too from the look of things you've got your wits about you a clever mind and a bit of style will take you a long way fight with those and you may find you never need to use your fists at all in that case want to buy a lucky ring I found the trick has already taken back to me keep it up though and you'll be scamming with the greats in no time it's the big under the gauner what is that for a surprise the little one surprises you that's already nice to see and wait for the net with the reds oh yes I would I would I would I would apparently do it yes we've gone legitimate and moll put me in charge what do you need what do you need to do it yes it seems to be mattis okay so we're dealing with mattis but we're still with moll oh so mattis is moll okay ehm yeah then R oh yeah I'm going to show you what you have oh I'm going to show you what you have tans in the shoe mhm yeah it's a lot of gold oh man that's a list of the nebels when the tree is taken back and you're also using a nebels that's something good for you here for the shadow Unhangelsschutzes, Tänze in der Schuhe. Ich sehe das Blut, du wusstest. Und unsichtbar kleines Trank, den nehme ich auch gerne mal mit. Ein Kupferring. Was können wir dir dafür anbieten? Eine verfolgte Banane? Ne, so sind wir mal nicht. Na, Prost. Ja. Bitte schreit uns, lieber Schritt. Was können wir dir dafür anbieten? Hm. So viel haben wir gerade, ich bin jetzt dabei. Schildguss, würde ich behalten. Schriftvolle Hinstoß. So kann sie vielleicht was anfangen. Ein Dunkel. Kann man hier nicht gebrauchen, gibt's und Mut. Die können wir mal. Äh, jetzt in der Schuhe zu gehen. Sehr schön. Und mal für sie. Du brauchst nur ein Schild. Du hast doch hier einen besseren Schild. Anderen Schild. Einen besseren, weiß ich nicht. Aber. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, aber. Naja. Ja. Gut. Hier wird jetzt hier noch und so gesagt, wir kriegen hier Essen und so. Let's see what this does. With haste. What I won't do, send any more of our people into the curse. You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Raven God. Hm, hm. Du musst Meißen finden. Aha. Du musst noch etwas wissen. Let's not give up on him yet. Aha. I don't suppose you found a way into the towers. Ah, Beretta und Floric. Dann bist du wiedererkannt. Ahem. Bei den Armen drunter stand. Und. Hat die Weg zu den Turmen gefunden? Noch nicht. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way. I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The steel watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash. A councilor with considerable influence on the Baldurian industry and politics. But he is no lord. Mhm. Mhm. Was ist die Stahlwache? Er geht. Während Herzog Gravengarten auch am Montag noch gefangen ist. Fürst Gortash? Ich dachte er wäre nur ein Ratsherr. Wie wollt ihr es bis nach Baldur's Tor schaffen? Hm. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the steel watch. It's no wonder he earned the title. The steel watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elterol. But even the prototype of their hearts. The success was. We'll meet again. God's willing. Mhm. With the sword will I talk again? We're discussing Fist business. And you're no Fist. We're discussing Fist business. We're discussing Fist business. And you're no Fist. Lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard. Loyal as they come. When he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. You want to. Yes. Such a men who need no power to wield. What this steel watch is. She must be impressed by. We're taking over it to the reality. What the answer should be done as soon as it will reach. Yeah. She can't do much to wield. But such a men who are in power to wield. Die Lüften erinnern sehr zu oft Es geht noch an mir, um zu dem, um zu dem Hecht ... Wir brauchen dich, Herr. Ein unserer eigenen Böse hat sich genommen. Ein Großgegegege. Vielleicht Sie wissen etwas, das wir ihn zurückholfen könnten? Wir haben ihn in den Schatten geschehen, nur ... Wir schauen uns. Nichts überläuft dort sehr lange. Ich weiß, wie er es gemacht hat, oder woher er auskommt Ich habe den Namen Ting hier von einem Freund gehört zu Hause Kann er euch hören? Was hat er denn? Lass mit ihm mal sehen Das Lied habe ich noch nie gehört Vielleicht ist es von ihm selbst Das Lied habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht nach Hinweisen auf das Lieblingsinstrument Mhm Wie würdest du ihn hier bringen? Du wärst glücklich mit der Hilfe, nicht wahr? Du hörst mich, nicht wahr? Du könntest nicht able zu antworten Aber du hörst mich Ich glaube die gleiche, weil du in eure Sitzung findest Er lebt ja noch Der Outwind noch Er könnte seinen aktuellen Zustand beobachten Keine Kunde, er könnte irgendein magisches Leben sein Die Gedanken übernehmen Sein Verstand ergerunden Vielleicht hat er so schuldig gehabt Er hat lange Zeit in der Shadowfell Er hat lange Zeit in der Shadowfell Ein Scharen Räum ohne Farbe oder Licht Es hat einen riesigen Effekt auf ihm Sein Gehirn fliegt in der Shadowfell Aber vielleicht kann er zurück Wir müssen ihn erinnern Wir müssen ihm erinnern, wer er ist Einige persönliche Effekte vielleicht Habt ihr schon Habt ihr schon persönliche Gegenstände geschaut? Flamme, Carlo, wisst ihr wo ihr seid? Das war in seinem Schatten Er scheint nicht zu haben Er hat keine Reaktion zu ihm Aber er hat ihn für 100 Jahre auf jeden Fall Wenn er so macht, dann sagt er nicht Vielleicht können wir Ein Brief Ein Brief Ein einziger Mitglieds Abgegriffender Brief Beauftragter Aratzpulav Bankflamme Beschaffung von Informationsaktivitäten Mit Schummen des Mondaufgangs Umgebung Geleitet von Kevricht Form Aha, den werden wir hier wahrscheinlich noch treffen Aus der alteingesessenen Formfamilie der Region Viele unterbringen im Gasthaus zum letzten Licht Und beginnen in der Nachforschung im Zillhaus Unter unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin Beachten die Familie Formen verehrter traditionellen Seeloner Der Berichtungsfall gewinnt Einer Entlave Der Schaden in der Macht Zu untersuchen und berichten Er hat sich mit großartig gebildet Können wir es versuchen Ja Und die Läutern haben wir leider nicht Und den Jürgen dabei Wenn der Nürren dabei nicht spielen so gut das auch gerade ist ja nix wohnen laut oder so auch körperbombe noch eine kerze nix blaues hemd nur noch ein paar bücher lesen schriftrollier verkaufen können ja war es dann ins lager und irgendwann lesen was vielleicht aber eher nicht so nach oben soll es gehen ein unedler hut da haben wir schon nicht gar nicht so mädel aber was soll es ach ich wollte mal gucken azuglau schwarz es wird etwas sein nur an schrug ist ja mal baby blau gold und was violettes hätten das ist ja nicht viel verändert sieht ja immer noch so aus die man könnten auch meinen kam jetzt da was nicht schlecht passt absolut nicht zu der hand und anderen klamotten aber wissen was das für eine färbung gibt baby blauen gold ja ich weiß nicht wie er nicht nur noch andere färbungen ja die möglichkeit ist schon gut sie wird auch interessanter aus dem blauen schwarz wie gut ausprobieren da was ist ja nur wirst du was ich versuche mal das hier sehen wir dann später wie es ausschaut die strommel hand strommel nur ein lauter sehr schön vielleicht kommen die unten spielen das nächste instrument ist mir fast noch lieber als die flöte die strommel handelt Wir haben ein schönes Optikum. Wir sind heute ein bisschen für die jungen Titan zuständig. Wir lernen auch irgendwann neue Lieder. Dann kommen wir in den Auftritt. Wir sind schon mal. Ne, nicht mehr mit, glaube ich mehr. Sieh, du, Mietenrube, mhm. Ich sehe, das ist noch keine Verwendung dafür, aber so und wann. Das ist ein Niednamunet. Mh, mh. Mh, mh, sicher Mondrohringe. Er hat doch schlafen Blut. Mh, mh. Oh, ja. Ja, irgendwie passt's. Kann sie behalten. Irgendwie passt's. Ist die Mietenrube? Weiß ich gar nicht, wen das ist. Wer so eine schöne Silberanrüstung haben kann. Passt irgendwie gerade keinen. Aha. Es ist eine Bar draußen. Was ist da? Jawohl. Das ist die Schatzmutter. Was ist das hier? Ja. Ich habe ja auch mit diesem Schatten. Alles leer hier. Was glaubst du denn nicht? Im leeren Bau. Hm, die steigen aufs Dach. Wollen wir das mal hier leer, irgendwie ruten. Bis so wieder Balladen sind. Ah, ja. Mach nicht hier so ein Aufheben. Nichts. Nichts. Am besten ja. Braucht jemand Bier unten? Haben wir die gesteckt oder was? Muss so sein. Das hätten wir nicht jemanden oben finden? Mit den Reden? Nichts drin hier. Ja. Schönen wir mal als Nachbarn ausgehen. Und erst mal können wir doch mit der Laute mal. Im Endeffekt etwas vorspielen. Vielleicht geht es ihm dann wieder besser. Ich kann damit seinen Fluch brechen. Soll es auch ein Schluch. Hm! Hm. Okay, dann können wir ihn nicht retten. Dann haben wir das Skirt gewonnen. Jetzt haben wir noch ein Buch. Aha, da stehen Namen drinnen. Wo sagtest du, wo wir jemanden finden? Wisst sie nicht? Isabel sollte man ihn mal finden. Den einzigen Raum, den ich hier finde, ist leer. Oder habe sich jemanden übersehen? Hier ist noch eine Tür. 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 Ah, hallo. Hier ist noch ein bisschen. Hier ist noch eine Tür. Hier ist noch ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen. Ich fülle einen kleinen Schütz, zau mal durch. Ich wusste nicht, dass ich eine Publikum hatte. Der echte Seele, der uns alle rettet. Ich bin Isabel. Ich bin froh, dass ich dich zu retten habe. Ich mag den Parasiten einer wahren Seele haben, aber nicht den Geist. Die Dinge sprechen sich ja schnell rum. Ich weiß euren Namen, aber sonst nichts hilft mir auf den Springer. Aber ich wäre ein schlechtes Klerik, wenn ich sie sehen würde. Lass mich sagen, Jaheira hat dir einen Schutzschutz von ihr Lieblingsklerik her Lieblingsklerik. Die Schütze von dem Schattenfluch. Da ist das hier vielleicht. Perfekt. Es wird dich umgekehrt zu den wenigeren Effekten der Schattenkurs, die dich näher zu den Towers bringen. Aber es gibt Pfluchten, die mir nicht helfen. Plätze, wo die Schattenflucht ist darker und stärker. Die Kultisten können sogar die tiefsten Schattenkursen durchführen. Ich weiß nicht, wie. Die Harpers versuchen, es herauszufinden. Selunite-Magie. Darknady, vergib mir. Danke, ich muss jetzt aufbrechen. Würde ich sonst noch was wissen, als ich aufbreche? Ja. Klerik ist ein gefährlicher Mann. Aber du hast etwas, das er nicht macht. Alleine, sind wertvoll. Während du in den Towers bist, werde ich sicher, dass... Warte. Hörst du das? Was ist falsch? Oh, oh. Jetzt können wir ohne Fackeln da draußen rumlaufen. Hab ich das richtig verstanden. Oh, ha. Oh, ha. Hallo, Isabel. Markus, ist das du? Was hat dich passiert? Ich bin froh. Du kannst auch sein. Komm mit mir. Ich bin froh. Und du kannst alles über Keterik selbst hören. Ähm. Was weiß ich, wenn ich nicht so weiß? Ich sage, wenn wir wieder auf Fragen sind. Wie ist das ein flüchtiges Möster? bei Seth in seinen Gedanken nach weiteren Informationen suchen was will er denn mit ihr, was will er denn mit ihr, ich bin lustig bin dabei, ich bin nicht wie ihr, ich lasse mir von den Schergen, es gibt nichts befehlen, was Sian und ich töte euch we are all alike in her service, do as I say, the rewards will be great, what's going on, if you have something to say, say it Markus will ich ihn fluken, Isabel, so müssen wir ganz den Weg freikampfen Pathetisch, the absolute sees all, your treachery will be punished The absolute, of course, you can't believe them, Markus Ich habe nicht gespeichert, wann die paar Dinge hast du erreicht Er hat es bereits Zeit zu gehen, Isabel Oh verdammt Ich hätte mir klar sein sollen, dass es jetzt los geht Nein, nicht Mowl Nein, nicht Mowl Verdammt Gut, ich würde hier mal gerade eben ganz kurz mal das Spiel speichern Hier machen wir dann wieder am nächsten Mal weiter Das wird ein alter Kampf Töne Licht Ich werde mich direkt zum nächsten Mal Die – das wird ein kleiner Kampf Das wird ein kleiner Kampf Untertitelung des ZDF, 2020